Hallo Leute, hier ist eure Licha und herzlich willkommen zu diesem kleinen Re-Upload-Video. Denn heute Morgen hatte ich ein Video hochgeladen, wo es um dieses zuckersüße T-Shirt hier ging. Und ich hatte von Star Stable einen Code zugesendet bekommen, den ich auch unten nochmal einblende jetzt gleich. Ich blende ihn später ein, damit ich auch sicher gehen kann, dass ihr mir zuhört. Und da stand halt nichts von drin, dass der nur für Star Rider ist, für Nicht-Star Rider oder ob er nur für Lifetime Rider ist, stand nichts drin. Und jetzt haben sich vorhin ganz viele bei mir beschwert und gesagt, äh, hättest du ja sagen können, der ist nur für Lifetime oder für Star Rider? Ja, nee, dem ist nicht so. Irgendwie ist der Code falsch programmiert worden. Denn viele schreiben mir, der ist nur für Lifetime Rider oder für Star Rider. Aber ganz viele haben mir auch geschrieben, auf meinem Lifetime-Account funktioniert das nicht, aber auf meinem Nicht-Star Rider-Account, da funktioniert der Code. Top! Ja? Also der Code ist falsch programmiert. Versucht den Code einfach einzugeben. Wenn das bei euch nicht funktioniert, schreibt bitte den Star Stable Support an. Ich kann da nichts dran machen. Ich bin auch nur ein Spieler. Ich wollte es euch nur mitteilen, damit es auch jeder von euch mitbekommt. Und, ähm, ja. Ich wünsche euch, wenn ihr dieses T-Shirt habt, viel Spaß damit. Ich persönlich finde es sehr süß, das T-Shirt. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, eure Lysia. Bis dahin, eure Lysia. Bis zum nächsten Mal.